Hallo allerseits, in diesem Video möchte ich euch eine ganz coole Funktion von Bootstrap zweigen und zwar geht es um das Collapse. Collapse, also da kollabiert man oder positiv gesagt, da kann man Dinge ein- und ausklappen. Das ist sehr praktisch, weil oftmals hat man viele Informationen und möchte aber dann nicht die Leute erschlagen, wenn sie auf eine Website kommen. Darum kann man hier einen Knopf machen, beispielsweise Click Me und wenn man drauf drückt, wird dann weiterer Text oder auch andere Elemente werden dann aufgeklappt. Wie wir das umsetzen, zeige ich euch jetzt in diesem kurzen Video. Wir gehen also ins Brackets und als erstes brauchen wir mal einen Button, weil auf den wird man jetzt dann draufklicken müssen und da gibt es einen Befehl, Data Toggle, das ist für Bootstrap und dort machen wir einen Befehl, das Bootstrap weiss, dass wir mit diesem Knopf etwas ein- und ausklappen wollen. Dann müssen wir ihm noch sagen, was ist das Target, also was muss genau geöffnet werden. Da arbeiten wir mit den sogenannten IDs von CSS und machen da mal einen Demo-Knopf daraus und innerhalb von dem Button schreiben wir, was in diesem Button stehen soll, zum Beispiel mehr Informationen und da weiss man, wenn man auf den Knopf drückt, dann kommen mehr Informationen. Jetzt, was wollen wir mehr anzeigen? Das müssen wir als nächstes eingeben. Das ist dann typischerweise in einem Diff enthalten. Wichtig ist, dass dieses Diff die Idee hat, die wir hier festgelegt haben. Also wenn wir es jetzt Demo nennen, müssen wir es hier auch Demo nennen. Oder Information geht auch. Einfach, dass ihr seht, das muss einfach genau gleich heissen. Und dann muss das noch eine Klasse haben, Collapse. Wiederum die gleiche Klasse wie oben. Aber so wissen die zwei Elemente, dass sie zusammengehören. Und was jetzt innerhalb von diesem Diff kommt, das ist sehr frei. Wir können einerseits einen Text schreiben, der nicht viel Inhalt hat. Und wenn wir jetzt das da drauf drücken, klappt das aus und der Text wird angezeigt. Oder wenn wir ihn wieder weg machen, wenn wir ihn nochmal drauf drücken, ist er wieder weg. Wir können aber anstellen, den Text oder mit dem Text noch zusätzlich, auch noch beispielsweise ein Image anzeigen. Wir haben da ja so ein Bild, image.png. Das seht ihr hier angezeigt im Ordner. Und wenn wir das anzeigen, und das innerhalb dessen Diff ist, wird auch das Bild dann angezeigt oder immer noch nicht. Also habt ihr die Möglichkeit, viel Inhalt auf einer Webseite zu tun, die Leute nicht zu schlagen, sondern einfach ganz einfach, beispielsweise ein spannendes Foto. Und wenn wir das noch zum Beispiel H1 machen, dann wissen die Leute, wenn ich da drauf drücke, vielleicht nicht mehr Informationen, sondern einfach Anzeigen so. Dann wird das Bild entsprechend dargestellt oder eine Tabelle oder was auch immer. Ihr wollt, könnt ihr in diesem Diff ein- und ausklappen lassen. Wenn ihr eine neue Seite ladet, hier beispielsweise Reload macht, dann ist sie defaultmässig, ist es weg, der ganze Inhalt. Wenn ihr möchtet, dass er defaultmässig angezeigt wird, dann müsst ihr ein Show machen. Und wenn ihr jetzt reloadet, dann ist er schon eben angezeigt. Und erst wenn ihr drauf drückt, dann müsst man eigentlich nicht anzeigen, sondern wegblenden oder ausblenden. Und dann jetzt ein Reload machen und dann können wir auch ausblenden, dann ist er weg. Mit diesem Collapse habt ihr die Möglichkeit, jetzt nicht nur einfach an einen Ort Text ein und an zu zeigen, sondern eben auf ganz verschiedene Inhalte diese ein- und ausklappen zu lassen. Man nennt das auch den Akkordeon-Effekt. Akkordeon, weil man eben verschiedene Dinge gleichzeitig ein- und ausblenden lassen kann. Bei W3-Schools gibt es ein sehr schönes Beispiel. Collapsable Group Item 1 und so weiter. Könnt ihr also ein- und ausklappen. Das ist der Code dazu. Kopieren wir noch den mal schnell rein und schauen uns den genauer an. Und wenn wir jetzt den einblenden lassen im Browser, haben wir genau diese Möglichkeit, das Akkordeon ein- und ausblenden zu lassen. Also ihr seht hier, das Ganze läuft unter der ID Akkordeon. Dann arbeiten wir mit diesen Cards, die wir schon kennengelernt haben. Es gibt einen Card Header. Das ist dieses graue Ding da. Dort müssen wir genau das machen, was wir vorhin mit dem Knopf gemacht hatten. Dass wir DataToggleCollapse, die Klasse haben. Und dann mit dem Link auf Collapse1 ihr das erste Item zeigen. Dieses erste Item ist entsprechend hier mit ID gekennzeichnet. Collapse1. Also wenn wir das zeigen, dann wäre das zum Beispiel Info1. Momentan geht es nicht. Aber wenn wir da unten jetzt das Ding Info1 nennen, dann klappt der da ein- und aus. Und so können wir den Text in diesen Akkordeon einbauen. Neuer Text schreiben. Und haben die Möglichkeit, jetzt beliebig viel Text oder auch hier wiederum mit Bild. Mal haben, ganze Bilder ein- und ausblenden zu lassen. Und die vielen Möglichkeiten, die ihr dann entsprechend nutzen könnt. Auch hier wiederum gibt es ganz viele Erweiterungsmöglichkeiten. Die ganze Referenz von dem Collapse ist wiederum auf Bootstrap auch aufgezeigt. Hier nochmal die CSS-Klasse Collapse. Collapse show, dass entsprechend die Dinge per Default angezeigt werden. Und weiter unten kommen komplexere Möglichkeiten, die ihr via JavaScript die Dinge ein- und ausblenden lassen könnt. und welche Events das sie werfen und so weiter. Also das ist sicher ein sehr mächtiges Feature von Bootstrap. Viel Spass beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.